Hallo und willkommen bei Hartverrat, hier die Technik-News der Kalenderwoche 23-2020. Es gibt Gerüchte mit sehr starken Indizien, ist eigentlich nahezu sicher, würde ich mal sagen, dass Prozessoren herauskommen von AMD der dritten Generation mit höheren Takt, das wäre der 3900 XT, 3800 XT und 3600 XT. Der 3900 XT soll mit 4,1 GHz takten und hat einen Boost von 4,8 GHz, der 3800 XT Basis 4,2 GHz und Boost 4,7 GHz und der 3600 XT Basis 4 GHz und Boost 4,7 GHz. Ein französischer Händler hatte die Prozessoren schon gelistet, ich habe aber auch noch ein weiteres Indiz. Ein weiteres Indiz ist, zwei dieser CPUs sind scheinbar schon zu finden auf einer Plattform für Hardware für Großhändler und da hat es einer gelistet, sogar schon mit Lieferdatum, der 3. Juli. Interessanterweise ist es auf dieser Vergleichsplattform, ist der gelistet, wenn ich aber allerdings auf den Großhändler gehe und dem Großhändler seine eigene Artikelnummer in einem Webshop vom Großhändler eingebe, finde ich keinen Artikel. Das heißt, der Großhändler hat den Artikel auf seinen Webshop versteckt, aber scheinbar wird der Artikel dennoch exportiert an diese Vergleichsseite. Was auch noch interessant ist, ist hierbei die Artikelnummer ist schon mitgelistet, beziehungsweise die Herstellernummer und da gibt es eine Endung. Die Endung bei dem vermeintlichen 39XT ist 277WOF. WOF steht wie vor Ort Original Fan, was darauf hindeutet, dass der 39XT ohne Kühler mitgeliefert wird oder beziehungsweise er hat keinen Kühler mit dabei, was der 39X ja noch hatte. Beim 36XT steht wiederum Box hinten dran. Wenn man die Herstellernummer googelt, dann sieht man auch noch einen weiteren Shop, der die Prozessoren gelistet hat. Der heißt handytech.br. Das ist, glaube ich, ein brasilianischer Shop. Ja, also die Prozessoren werden kommen und der eine Großhändler hat drin geschrieben, Lieferdatum 3.7. Das heißt, das wird wohl jetzt nicht mehr so lange dauern, aber ein bisschen muss man sich gedulden. Ist ja natürlich am Ende immer eine Preisfrage. Ob sich die Prozessoren lohnen? Ich glaube nicht. Ich denke mal, es wird so Luxus sein. Die USA möchte die Chipfertigung in einem Land stärken und die US-Chipbranche möchte dafür 37 Milliarden Dollar. Die 37 Milliarden sollen für den Bau einer neuen Chipfabrik und Forschungsförderung sein. Die Chipfertigung ist natürlich auch ein sehr sicherheitsrelevantes Thema. Deswegen ist hier das Interesse der USA natürlich sehr stark, es ins eigene Land zu holen oder am besten ausschließlich im eigenen Land zu haben für die Technik, die man braucht, um so quasi die Hände ausländischer Regierungen oder ähnliches draußen halten zu können. Ein Problem ist natürlich, dass man bisher im 5G-Bereich sehr auf Huawei angewiesen ist und so muss man natürlich auch den eigenen Sektor stärken, um da was entgegensetzen zu können. Intel hat hier vorgeschlagen, mit dem US-Verteidigungsministerium zusammenzuarbeiten und sie brauchen eine neue Anlage und möchten dafür mit 5 Milliarden Dollar subventioniert werden, was denke ich wahrscheinlich auch im Interesse der USA liegt. Vielleicht resultiert ja daraus, dass man irgendwann mal wieder mehr Chips hat, made in USA. Der Finanzchef von AMD hat bestätigt, dass RDNA 2 und damit auch Big Navi vor den neuen Konsolen erscheinen wird. Man geht davon aus, dass es spätestens im Oktober der Fall ist. Corsair hat ein Austauschprogramm für sehr fehleranfällige Netzteile und zwar von ihrer SFX-Reihe, die SF-Reihe. Diese können getauscht werden, wenn sie zwischen September 2019 und März 2020 produziert wurden und die Seriennummern 19448XX bis 201148XX haben. Das ist kostenlos von Corsair. Corsair übernimmt sämtliche Kosten dafür, sowohl den Hin- und Rückversand, außerdem ist der Tausch ein Verabtausch. Das heißt, ihr bekommt das neue Netzteil und müsst erst dann das alte zurückschicken. Das Problem war hier, es gab Mängel in der Produktion und das hat dazu geführt, dass die Netzteile sehr, sehr oft kaputt gingen oder verhältnismäßig oft kaputt gingen. Deswegen hat Corsair gesagt, wer möchte, wir tauschen es auch so aus, ohne dass es kaputt ist, mit einem, das nicht diese Mängel hat. Das war es dann auch mit den Tech-News für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr sagt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.